Wir fahren jetzt unser erstes 100 Rundenrenner auf Geldbasis und mein Papa hat jetzt ein Team, weil wir noch ein Porsche brauchen und deshalb müssen wir den jetzt noch mal auspacken. Das ist ein Porsche 918 Spyder und den hole ich jetzt auch mal aus der Verpackung raus. Er hat natürlich auch Gebrauchtspuren, weil wir natürlich Gebrauch gekauft haben. Ja, dahin ist das Team, das Porsche Team, der stimmt den Wagen nicht. Schreibt in den Kommentaren, welcher Wagen da nicht stimmt. So, und jetzt kommt der moderne Porsche. Der hat sich auch ultra cool aussieht. Also ich finde eigentlich, er sieht, das ist ein Porsche 918 Spyder. Ich finde eigentlich, er sieht ganz cool aus. Hat natürlich ein paar Gebrauchtspuren. Aber ja. Ich probiere ihn mal aus. Er hat ziemlich kleine Lichter. Ich buche ihn mal ein. Gebrauchtspuren. 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 Das war's. Positive Überraschung. Der Porsche 908M liegt erstaunlich gut und er fährt sich auch sehr, sehr gut. Und er liegt trotzdem noch sehr gut. So, jetzt kommen wir zu dem Porsche 91710. Den haben wir auch gerade aus der Verpackung geholt. Ich muss ihn gerade noch einstellen. Erklüfte. Arme Füße. Ein gutes Fahrverhalten. Ich mag ihn aber nicht so wie die Porsche 918. Der Wagen wirftet in den Kurven ein bisschen mehr als mag ich nicht so. Das war's. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020